In einer Berghütte in der Nähe des Städtchens Billings, Schottland. Der alte Schäfe Ellen Gilmore verstand kaum, was die Kräuterhexe Alva ihm sagte. Zu sehr schmerzte die klaffende Wunde an seiner Schulter. Blut tränkte seine Jacke. Und die strohige Bettstadt, auf die er sich mit letzter Kraft geschleppt hatte. Wie konnte das nur passieren? Ein Wolf. In den Bergen. Vielleicht haben die Schafe ihn angelockt. Er war wie ein Geist. Wie war ich her? Nicht mal mein Hund. Ich konnte ihn aufhalten. Es ist gut, dass du zu mir gekommen bist. Ins Dorf runter hättest du es nicht mehr geschafft. Dabei hatte sich alles in ihm dagegen gesträubt, die Hütte aufzusuchen. Im Dorf sprach man nur hinter vorgehaltener Hand über Alva. Angeblich erklommen sie bei Vollmond die Gipfel der angrenzenden Monroes, um auf nackten Felsen kniend, den Teufel anzubeten. Und der Jäger Jock McDonald behauptete, sie einst im Wald inmitten eines Rudels von Wildschweinen erblickt zu haben, wie sie von einem Eber geliebt wurde. Werde ich sterben. Noch nicht. Aus verschleierten Augen beobachtete Gilmore, wie sie etwas, das aussah wie ein vertrocknetes Reptil, in den pechschwarzen, dampfenden Sud über der Esse warf, in der zahlreiche Eisenstangen und Schürhaken blühten. Er gestank bis Gilmore wie mit tausend winzigen Zähnen in die Schleimhäute. Was wird ihm schmecken? Mit einer dampfenden Kelle in der Hand kehrte Alva zurück zur Bettstadt. Trink. Das ist Bullas. Ich höre nichts. Das hast du dir sicher nur eingebildet. Ah, hier ist Ringen. Wieder hielt sie ihm die Kelle hin, in der Flammen zu züngeln schienen. Das ist mein Feuerkuss für dich. Gilmore schluckte den widerwärtigen Trank hinunter. Der Wolf. Er ist uns gefolgt. Und jetzt holt er sich Bullas. Ruhe dich aus. Ruhe dich aus. Ich werde nachsehen, was passiert ist. Warte. Ruhe dich aus, mein lieber Anne. Ich bin gleich wieder da. Gilmore schloss die Augen. Er spürte, wie der Trunk sich den Weg durch seine Speiseröhre bis in den Magen suchte. Wie heißes Blei. In der Wunde pochte es. Und etwas bewegte sich darin. Mit der Hand fuhr er über die Wundränder. Sie schlossen sich. Selbst die Risse in der Jacke waren verschwunden. Der Raum um ihn herumdrehte sich. Er schöpft Sankt Gilmore zurück auf die Bettstadt. Erschrocken riss er die Augen auf. Er konnte nichts sehen. Wer ist da? Alva, wie bist du das? Endlich klärte sich sein Blick. Und er fühlte sich auf einmal wieder stark und kräftig. Wer sind Sie? Ich habe dir etwas mitgebracht, Gilmore. Na, mein Guter? Willst du dein Herrchen mich begrüßen? Alles Gute, Gilmore. Bis bald. Sie lauern in den Schatten. In den Tiefen der Finsternis. Nähern sich von unserem Blut. Unsere Angst. Gieren nach unseren Seelen. Doch es gibt einen Mann, der sie aufhalten kann. Er wacht über unsere Welt. Und stellt sich dem Kampf mit den Kreaturen der Hölle. Unsere letzte Hoffnung. Er ist der Geisterjäger. John Sinclair. Bis zum nächsten Mal.